Einen wunderschönen Buongiorno Ladies und Gentle People zu einer neuen Folge von Murphys Filmgesetze. Wir sind seit langer Zeit mal wieder hier. Ich gehe mal eben zur Tür. Okay. Die Luchess ist da. Willst du oder soll ich in die bringen? Ja, wir haben seit langer Zeit mal wieder was Neues davon jetzt zu drehen. Und dieses Mal wieder so in alter Manie. Wir haben wieder unseren alten Hintergrund. Und wir haben hier mein kleines Bild stehen. Wir haben dieses hier alles aufgebaut. Und jetzt wollen wir doch mal gucken. Ich bin angesetzt bei Facebook und habe eure Nachrichten angeguckt und habe gesehen, was ihr mir alles umgeschrieben habt. Wenn ich dieses Mal mich ansetzt. Die Neue Erde. Luchess ist da. Okay. Okay. Dann machen wir diesmal doch eher eine Folge Luchess. 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 Ich hoffe ja wenigstens, dass das was da drin ist wirklich alles überlebt hat. Alles Leute sind, die gerne als Kinder mal Klingelstreich gemacht haben. Und es irgendwie hängen geblieben ist. Gut. Aber wollen wir nicht länger warten. Wollen wir hoffen. Was immer da drin ist, muss wirklich klappern. Also machen wir mal auf. Und jetzt wie immer langsam öffnen. So. Mal sehen, was da so geklappert hat. Fangen wir wie jedes Mal an. Und lesen erstmal, was in unserer Broschüre steht. Hey ho. Looter. Hallo. Hallo. Hier kommt deine monatliche Überraschungsbox. Wie immer haben wir unsere Loot-Chests galaktisch gemischt. Von jedem etwas. Für jeden etwas. Tauche ein in eine fantasievolle Welt. Die Welt deiner Helden und Anti-Helden. Und besiege die Superschurken. Mit Loot-Chest bereitest du dich auf den nahenden Winter vor. und wir es zu Commander Shepard. Als ich gerade den nahenden Winter gelesen habe, habe ich erst gedacht, okay, könnte es vielleicht was sein mit Game of Thrones. Wir wollen uns nicht spoilern. Weg damit. Wir legen los. Und Gott sei Dank höre ich schon, was da so geklappert hat. Das erste, was mir hier auffällt, ist gleich Mass Effect Andromeda. Eine hochwertige Trinkflasche. Auch für warme Getränke. Gut, der Winter steht noch nicht ganz vor der Tür. Aber bei diesem Sommer... Sollte man immer was warmes mit zu trinken dabei haben. Sehr schön. Legen wir gleich mal weiter los. Was ist hier denn eingepackt? Ja, sehr schön. Hier haben wir eine Schachfigur. Ist das Alfred? Ja. Genau. Da haben wir ihn. Alfred. Wunderschön. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht den Rest dieser Schachfiguren. Aber trotzdem wird er sich sehr schön machen. Ich habe dafür andere Schachfiguren. Moment. Holen wir mal welche mit dazu. Ich kann jetzt nicht auch alle rausfühlen. Aber unter anderem habe ich noch Figuren davon. Wie zum Beispiel Ilia Han Solo. Auch schön aus Eisen gegossen und Hand bemalt. Sehr schön. Und wer jetzt sich immer noch fragt, Alfred? Wer ist Alfred? Kann ich euch sagen. Schaut euch nochmal die Trilogie an vom Hobbit mit Martin Freeman. Und dort findet ihr auch diesen netten Gesellen. So, was haben wir noch doch? Hätte ich nicht gedacht. Wir haben tatsächlich was von Game of Thrones drin. Der Winter naht also doch. Was haben wir denn hier? Ein Notebook. Schön edel mit der Winterfell Münze aus dem Hause Stark. Innen drinne mit der gesamten Weltkarte von Game of Thrones und jeder Menge freie Seiten. Vielleicht um mal aufzuschreiben. Wer alle schon bei Game of Thrones seit der ersten Staffel gestorben ist. Ich glaube dafür reicht das Buch nicht aus. Wir haben wieder etwas kleines Leckeres zum Naschen. Okay, davon haben wir drei Stücke. Ich werde tatsächlich mich wieder trauen. Und werde einen davon einfach mal öffnen. Und... Los, geh auf! Los, geh auf! Los! Okay. Sieht merkwürdig aus. Wie etwas kleines, schrumpeliges, ein klein... Okay, jeder kann sich selber denken, was ich damit meine. Okay, Augen zu und durch. Ich probiere ihn jetzt. Es ist sehr sauer. Ich denke gerade schön weich. Ich muss nicht viel lutschen. Ja, kauen. Oh Gott, ist er sauer. Das sieht man ja im Kopf nicht aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ein sehr sauerer Kaugummi. Sehr schicke Armbänder. Kann ich nicht hier drauf konzentrieren, ja. Deadpool! Und passen sogar um meine dickene Arme. Was haben wir noch? Wieder ein T-Shirt. Moment, ich muss erstmal den... Diesen sauren Kaugummi loswerden. Okay, legen wir los, schauen wir mal nach welches T-Shirt wir hier haben. Eine schöne Anspielung auf die Filmproduktionsfirma. Da sieht der Roboter allerdings ein wenig anders aus als hier. Aber, sehr schön. Wieder meine Größe, wieder ein weiteres T-Shirt für meine Sammlung. So, was erwartet uns denn noch? Willkommen auf der siebten See. Schnellstartregeln, siebte See. Okay, was ist die siebte See? Die siebte See ist eine Welt voller Verwegenheiten und Zaubereien, Piraterie und Abenteuer, voller Diplomatie und Intrige, Archäologie und Entdeckung. Es ist eine Welt der Musketiere, Seeräuber und Freibeuter. Voll von uralter Magie und versunkene Zivilisationen. Von Geheimnissen in den Schatten und den Monstern in Menschengestalt. Es handelt sich hier um ein Rollenspiel. Sehr schön. Ein Rollenspiel. Sogar mit Charakterbeschreibung. Und sogar mit Karten. Rollenspiele. Und das Ganze ohne PC, ja, sowas geht auch. Glauben zwar die wenigsten, aber tatsächlich es funktioniert. So, ganz wichtig dazu, brauchte man immer wieder einen Bleistift und einen dieser Würfel. Sehr schön. Denn ohne den Bleistift konntest du deinen Charakter nicht weiter beschreiben. Ohne den Würfel kamst du nicht voran. Und hier hast du das ganze Erzählbuch drin. Wichtig war, dass sowas sehr lange und sehr intensiv gespielt wurde. Manchmal sogar Stunden über Stunden. Deswegen brauchtest du dazu auch immer wieder Marschverpflegung. Gut, dann würde ich sagen, ihr seht es schon. Ich habe hier ein kleines Paket zusammengestellt. Das Rollenspiel, die Würfel, der Bleistift. Die ach so netten, leckeren Kaugummis. Es tut mir leid, ich muss sie an euch loswerden. Ich selber kann sie nicht mehr sehen. Und würde sagen, wer von euch dieses kleine Rollenspielchen haben möchte, mit Stift, Würfel und mit den leckeren Bonbons, wird einfach unten in die Comments etwas reinschreiben müssen. Und zwar, warum ihr genau dieses nette Paket jetzt haben wollt. Ansonsten sind die Regeln bekannt. Sollten sie wenigstens zumindest sein. Hier kommt ihr auf das letzte Video. Da unten könnt ihr mich abonnieren. Und ansonsten verabschiede ich mich wie immer von euch mit hasta luego. Und nicht vergessen, anschauen, liken, abonnieren. Bis dahin, macht's gut. Euer Mitch von TwoScreak. Oh man, dieser Bomber kommt mir immer noch hoch. Und dann können Sie das Nadarez schon besuche. Ja. Wie geht an.